Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction Video zu drei K-Pop Girl Groups. Mit dabei habe ich El Hikaru. Zusammen gucken wir uns drei neue Lieder an. Und zwar haben wir die Girl Groups Dreamcatcher, Itty und G-Idol. Ich bin sehr gespannt. Beide, also drei Gruppen, die echt gut sind. Mit welchen sollen wir anfangen? Das ist mir vollkommen gleichgültig. Okay, dann fange ich mit dem Lied an, worauf ich mehr gespannt bin. Und zwar Itty. Die sind nämlich auf Platz 7 der deutschen Trends. Gestern Nacht waren sie noch auf Platz 3. Und genau, das Lied heißt Not Shy. Das wird echt spannend. Gucken wir mal, wie das ist. Fangen wir an. Das war sommerlich. Ja, die sind fresh. Oh, die hat sehr coole Haare. Hier. Oh, jetzt haben die auch schon Interviews. Oh, nice. Ryujin. Also ich muss schon sagen, ich habe viel Positives über Ryujin gehört in diesem Video. Darum bin ich sehr gespannt. Die hat schon seit Vintage-Filtern auch. Oh, wir haben sogar in Deutsch mit. Wow. Ja, das ist super cool. Das ist so cool. Oh, das ist so cool. Das ist so cool. Oh, den ich schlafen. Das ist schön, nicht so cool. Ich Signals. Ich bin so cool, wie wir über die Zeit sagen. Oh, das ist so cool. Da auch ganz viel Spaß. Coole Choreografie, gut und echt sommerlich. Coole Outfits, wie immer eigentlich bei Ichi. Und ja, ich bin gespannt was die noch mit dem Transporter machen werden. Naja, da bin ich auch gespannt. Vielleicht bekommen wir auch ein bisschen was ab, aber mal gucken. Naja, guckt die Werbung an, dann kriegen wir auf jeden Fall was. Oh, da geht's raus. Also, mir gefällt mit dem Filter. Oh, die haben direkt zusammen dabei. Aber das ist anders. Was? Ja, das ist richtig. Was? Was? Ja, das ist gut. Ja, das ist die Angelegenheit. Was? Oh. 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 Ich glaube, ich mag es am meisten. Ich glaube, es ist Organo oder so. Oh, er hat die Beko. Ich bin jetzt gespalt worden. Rote Effekte hier. Ah, da kommt noch vorne aus. Ich weiß nicht, was da drin ist. Not Shy. Oh mein Gott. Oh shit. Einfach das, was ich liebe. Und zwar Cake. Geil. Das war ein Cake. Das würde ich auch klauen. Auch einbrechen. Nice. Auf jeden Fall cool. Also man merkt schon, den schmeckt das. Yummy. Delicious. Okay, next song. G-Idle. Hat schon 61 Millionen Klicks. Wow, nach zwei Wochen. Fangen wir das mal einfach an. Okay. We went in the sun. Okay. Wir sind schon mal eine krasse Gegend. In Add the Severs. Und so... Jon. Ja. Das ist schon mal eine krasse, oder? Oh, eine krasse Augenkau. Bad girl. Ich hab ihren Namen vergessen. Wie kannst du ihren Namen vergessen? Aber sie ist aus Thailand. Ich weiß nicht. Weißt du das? In Thailand. Ich weiß nicht. Weißt du das? Hast du im Intro schon mal geil gehalten? Ja, auch filmisch aufgemacht. Und so amerikanisch gehalten. Oh, geiler. Okay. Okay, so richtig peace. So happy mäßig. Also ich dachte schon dahinter steht eine Bombe oder so. Oder ist das Mini? Oh, die ist so süß. Oh, geil. Erfrischungsgepränke gesehen. Ich muss Lust bekommen. Oh, sie ist ein Tattoo. Oh, sie ist... Oh, Sawyer nicht gekommen mit dem Koffer. Geh Blick einfach. Okay. Okay, jetzt geht's los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Füße die Saut. Schweig. Wow, das ist neust. Na, die Gefühle nicht. Da geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sommer für Sommer. Oh mein Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020